Hallo alle zusammen, mein Name ist Jennifer Morojan. Für die, die mich noch nicht kennen, ich spiele für den 1. FFC Frankfurt im Mittelfeld und auch derzeit in der U20 Nationalmannschaft. Wenn ihr wissen wollt, was ich für Tricksauflage habe, dann schaltet Schloss Einstein am Samstag um 17.10 Uhr im Kinderkanal ein.